Das ist ja echt eine schwer zu erreichende Kiste hier. Ich hab sie. Ja, bin auch da. Cool, blaue Arme. Ist ja geil. Ja, ich auch. Bleib stehen. Scheiße, ich sterb. Uäh, das war doch nicht. Okay, jetzt, wo ist der hier? Wir mussten irgendwo hier oben. Hier. Komm, zu mir! Ich bin doch jetzt hier oben und jetzt. Ah, hier weiter, okay. Weiter. Oh, die Schlacke. Geil. Hm, ich nehm mal, ich nehm mal wieder ein schönes Bad in dieser warmen Quelle. Oh, hast du recht. So. Die Schlacke. Kacke. Irgendwo muss ich da ein Thronsaal befinden. Alter! Dort finden wir Draxis. Was denn? Junge, was für ein riesiges Schiff. Ja, das ist meins. Ja. Das hab ich da geparkt. Ja. Mhm. Das ist das Schiff der Gefallenen und das scheint ein richtig großes Hauptschiff zu sein. So ein großes Schiff hab ich ja noch nie gesehen. Ist nicht wahr. Ja. Komm mal her, zieh mal dahin wo ich schieße. Hier. 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 Ich versuche sie hier ein bisschen auch von oben zu bearbeiten. Aber hier sind ja tausende halt da. Und verdammte Scharfschützen auch schon wieder. Schiff. Einer weniger. Was? Was war das? Die Musik ist extrem laut. Oh, scheiße. Nein. Ich guck mir mal die blauen Arme an, die ich gekriegt hab. Scheiße. Oh, man. Die sind auch schlecht. Bleib mal am Leben, ich hab Scheiße gebaut. Wieso? Bist du gestorben? Oh ne, doch nicht. Haha, geil! Bin hinter dir, gell? Das hört sich nicht gut an. Krass. Dann ist es boom boom boom. Boah, die Musik finde ich geil. Wie sieht die Idee aus, oder? Oh, boah. Schaut Schütze. Ein Sevitor. Warum hast du mir nicht gesagt, was da ein Sevitor ist? Hast du gesehen? Kannst du mich mal wiederbeleben? Es sind zwei Sevitor, oder? Es ist der gleiche. Es ist der gleiche auch noch. Ja! Achtung, du hast den Snipern geschaut. Alles klar, der Sevitor ist down. Und ich auch gleich. Ich flüchte mal wieder nach oben. Ich komm. So eine bessere Deckung. Bist du wieder da? Zwei. Nein. Der letzte. Vielleicht hätte dich ja auch eigentlich wieder beleben können. Ey, das sind doch solche Affen. Was ist denn? Alter! Ich bin schon wieder fast tot. Wer ist das? Also das ist ja eigentlich irgendwo ja quasi so tot. Ne, ist es nicht. Ach egal. Aua. Ne, ne, ne. Ah, neben seine Birne ist eine kleine Glühbirne geworden. Oder die haben weißes Blut. Ich weiß nicht. Wir müssen auf dieses Schiff. Jawoll, Mann. Weiter, weiter. Wir bahnen uns den Weg durch. Bam! Hier ist noch ein Käpt'n. Oh, wow, wow. Deckung, Deckung, Deckung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sehr schön, sehr schön. Immer weiter, immer weiter. Wir kommen dem Schiff näher. Ich bin nicht direkt rum. Das ist nur noch der Käpt'n. Ja, der macht mich fertig. Warte, ich hol' meine andere Waffe. Sack. Mit der anderen Waffe mach' ich ruckzuck seinen Ding kaputt. Sein Schild. Oh, scheiße. Aber er flüchtet dann. Du musst ihn schön unter Feuer nehmen. Wo ist er? Bei mir. Jetzt. Was? Boah. Okay, sein Schild ist weg. Gib' ihm. Ja, jetzt. Ja, Mann. Das Impulsgewehr ist schon geil. Ich rummelze. Ich rummelze. Ich rummelze. Ich rummelze. Ich rummelze. Ich rummelze. Bleib cool. Wir müssen sowieso auf das Schiff. Der Sniper kalt, Alter. Der Sniper setze ich noch runter. Hab sie. Ja, du bist einfach nur gierig, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, ich warte. Ich rummelze sie zusammen. Ja, nein. Jetzt rummelze ich sie mir auch. Das ist die Fear Road. Aber ich rummelze sie wirklich. Oh, ein Scharfschützengewehr in blau. Oh, ne, komm. Jetzt krieg ich mir so einen Rotz. Ne, krieg ich auch. Was ist dieses grüne Licht? Ist das das Glibber? Oder... Nein! Das ist was zum Einsammeln für mich. Ich muss dorthin. Ich muss dorthin. Das ist Schicht im Scharf. Und ich hab ein kodiertes Metagram gekriegt. Ein Gramm, mach ich. Ein Teil. Ja. Da kommen noch mehr. Und Cap. Alter. Ich camp hier grad oben. Nein, komm nicht. Geh nicht nach oben. Au! Das Ding. Weil der kommt hinter dir. Warte ich. Ich bolt sein... Schild runter. Na, komm her. Bäm! Niemand tötet mich. Äh, wo bist du? Ich bin hier, am Eingang. Wo bist du? Das ist meine Captain. Der ist oben. Der ist oben geblieben. Er will sein Schild jetzt wieder aufladen. Keine Sorge, lass uns erst wieder die... Kleinen erledigen und ich mach dann Captain sein Schild kaputt. Der Captain sein Schild ist kaputt. Gib ihm! Was ist er denn? Nein, ist nicht kaputt. Die Musik heizt. Komm schon, komm her jetzt! Bäm! Uah! Boah! Alter, dem seine Waffe ist echt übel. Ich bin fast down. Mach den hässlichen Käpt'n kalt! Jetzt noch einen hatte ich. Komm her! Jawoll! Die Backpfeife des Todes bekommst du, Mann! Die Backpfeife des Todes! So sieht's aus. Das war's. Das war das Haus von Winter. Es geht noch weiter. Ja, denk ich mal. Sag ich doch. Ach nee. Ja, wir haben den... Mega-Mongolisch. Wir müssen noch Draxis erledigen. Der bestimmt nicht so erfreut ist, dass wir sie hier auf seinem... Wow! ...auf seinem Schiff umrennen. Und alle seine Untertanen füchten. Wir brauchen halt bessere Waffen, die was sich nicht töten lassen. Entschuldig. Bleib doch stehen jetzt! Naja, oder so. Wo bist du jetzt? Ich hold, ich... Warte mal, warte mal. Nicht so schnell, Mann. Rättern wir sie! Da, die Backpfeife des Todes! Mann, komm her! Ja, Mann. Oh, nein. Ein Helm in weiß. Geil. Boah! Bin gleich down! Die herzlichen Sniper töten mich grad wieder. Ja, ich probier... Ja. Irgendwann nicht dran. Ja, ist doch kein Problem. Wo ist schon grad... Wo ist schon die coole Mucke? Ja, die coole Mucke... Alter, ein Sevitor! Ein Sevitor! Au! Ich bin down! Oh, super! Ich geh kaputt! Na, komm raus, komm raus! Versteck dich nicht! Verlebt mich doch mal wieder! Nein, da sind überall welche! Die töten mich! Doch auf deiner Ebene! Okay, doch nicht! Doch nicht! Doch nicht, halt! Außerdem der Sevitor, der beschießt dich mal ganz kurz! Außerdem sind da gelbe... Alter, und der Sch... Alter, der Scharfschütze! Der hat mich mal kurz wieder runtergeknallt! Ich knall dem gleich eine dieser verstandte hässliche Drecks-Scharfschütze! Bist du wieder da? Ja! Dann töte jetzt den Sevitor! Ja, genau! Hier ist das Scharfschützengewehr, wo da drin war! In der goldenen Truhe! Naja! Nicht so gut! Das ist doch das andere, wo ich drin hab! Ist ja klar! Okay, also! Dann mach ich das auch mal kurz rein! Wo ist das? Ah! Der Sniper auch, Mann! Boah! Boah! Mach's gut, Sevitor! Sevitor ist glatt! Oh, nicht schön! Ey, der kickt mir auf die Maske! Doch! Sehr schön! Sniper ist down! Da drüben ist noch einer! Ah! Das war daneben! Oh! Bleib am Leben! Bleib am Leben! Alter! Das war gut! Ah! Keine Munition mehr! Wie schade! Ja! Ja! Oh fuck! Was war das denn? Oh! Der jubelt! Der hat mich mit dem Raketenwerfer weggehauen! Ja klar jubelt er, wenn er dich tötet! Ist'n Ding! Du rennst weg! Ah! Nein, nein! Ich umkreise ihn! Wo ist der? Da siehst du! Er denkt, ich bin hier! Erpiss dich! Krummloser, gefallener Affe! Guck, jetzt denkt er wieder, ich bin hier! Ah, er hat einen Schweber mitgebracht! Der Schweber ist down! Wie sieht's mit ihm aus? Er ist auch down! Ei! Bam! Bam! Was ist das Licht eigentlich? Ist das vielleicht... Nein, das ist eigentlich, oder? Das ist für das nicht! Das ist für das! Ist ne Kamera, oder was soll das sein? Ne, so, hier! Wir müssen doch in den Drohensaal! Der erwartet uns doch bestimmt schon! Sehnsüchtig! Mach links und rechts schrauen! Oh, jetzt lass uns die Straße gehen! Okay! Oh! Da ist der Kerl! Alter! Das wird jetzt ein riesiger Kerl! Das wird jetzt ein richtig heftiger Kerl! Boah! Alter! Der kommt ja voll! Ne! Na! Ran! Der Hund! Ja! Bleib auf Abstand! Ja! Ja! Bleib auf Abstand! Hier ist alles voll! Wir müssen erstmal den Kleinkuss erledigen! Ja! Bin schon fast wieder down! Ja! Boom! Tschüss! Woah! Scheiße! Komm zurück! Komm zurück! Ich pack mal den Raketenwerfer wieder aus! Ja! Mach mal! Weil das Scharfstützengewehr ist nicht so... Achso! Hab ich ja! Egal! Ja! 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 Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Mal schön aufm Kopf ab! Boah! Boah! Bleib in Bewegung! Der ist zu lahm! Ah! Wie schmeckt dir das? Yes! Lord Winter! Ich bin tot! Ich bin tot! Er leg mich wieder! Jep! 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 Ist schon wieder da! Boah! 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 Jetzt bin ich gleich tot! Okay! Okay! Ich pack den Raketenwerfer aus! Ist voll witzig! Na toll! Boah! Das ist doch unbeschiebte wieder oben! Bäm! Volltreffer! Noch eine und dann ist er tot! Abrecht auf! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Aua! Boah! Pass auf! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Komm zurück! So! Ab! Ey! Dieser Affe da! Jetzt! Ja! Das war's! Der Drecksack! Wir haben die Saat! Die Praxis war eine regelrechte Plage. Wenn Häuser ihren Kelli verlieren, kommt es oft zu Machtkämpfen. Vielleicht können wir die Akademie endlich aus ihren Klauen befreien. Okay, das war's! Alle tot! Okay! Dann, 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 dann! Ich geh jetzt auf den Drohnen hier! Ich besteige diesen Drohnen! Oder auch nicht. Ich werde mit dir am Drohnen war bestimmt noch ne Drohne oder so. Wer weiß. Na ja. Denkste? aber wir haben noch mal alles von vorne hahaha du kannst mich mal der war echt übel aber wir haben ihn eigentlich gut geschafft